Hey, wie fühlst du dich? Ich fühle mich ein bisschen dünnhäutig heute, ein bisschen sehr empfindsam. Ist auf der einen Seite sehr angenehm, sehr schön, auf der anderen Seite auch ein bisschen hm, nicht ganz so. Ja, also passt aber vielleicht ganz gut zum Neumond, den ich jetzt besprechen möchte. Den hätte ich beinahe vergessen, da bin ich heute Vormittag darauf hingewiesen worden, dass ja eigentlich der Neumond ansteht und dann dachte ich, habe ich am Nachmittag eine Pause, jetzt nehme ich da schnell ein Video auf, dass ich das heute Abend noch hochladen kann. Neumond in der Waage, wann ist der? Am Mittwoch, 6.10. mittags, 13.05 Uhr, sind beide eben bei 13.24 Uhr in der Waage. So, hier oben sehen wir Sonne und Mond, die dann da stehen, die sind beide dann auch im 10. Haus, das werden wir dann gleich noch ein bisschen näher angucken. Optisch gesehen stehen sie zwar noch vor der Spitze des 10. Hauses, aber der Abstand ist 3, ein bisschen mehr wie 3 Grad, das ist noch so nah dran, sag ich jetzt mal, für Sonne und Mond, dass die sich da rüberziehen. Also für mich werden die da ins 10. Haus rüber gedeutet. So, aber dazu gleich mal mehr. Erstmal ganz allgemein, Waage hat natürlich immer viel mit Partnerschaft zu tun, deswegen wird wahrscheinlich jetzt auch das Partnerschaftliche auf der einen Seite wieder so ein bisschen im Vordergrund stehen, wenn man das deutet. Warum ist das partnerschaftlich immer so naheliegend bei der Waage? Ich finde, man kann es sehr schön über den jahreszeitlichen Bezug ablesen. Mit der Waage beginnt ja die zweite Hälfte des Jahres, wenn man so will. Das heißt, die erste Hälfte von Frühling bis zur Waage ist die helle Hälfte des Jahres. Das sind die Tage immer länger als die Nächte. Und ja, und damit der Waage beginnt dann der Herbst und dadurch der Rückweg und die zweite Hälfte des Jahres geht los, die dunkle Hälfte. Eben diese Hälfte, die eben noch fehlt, die fehlende Hälfte, die ergänzende Hälfte, die das Ganze eben dann erst rund macht. Und darüber hat eben die Waage, oder darüber hat die Waage ein großes Bewusstsein. Das macht sozusagen diesen Abschnitt aus. Das Wissen darum, dass es jetzt was Ergänzendes gibt, etwas, was fehlt, was noch gebraucht wird. Dass eben diese fehlende Hälfte jetzt gesucht wird, die mich eben ganz werden lässt. Und das hat eben diesen romantischen, philosophischen, partnerschaftlichen Bezug von dieser Symbolik. Eben so dieses Wissen, dass es da eine mich ergänzende andere Hälfte gibt. Dass ich erst über diese andere Hälfte eigentlich ganz werde. Und dass ich diese andere Hälfte brauche, um mich darin auch letztendlich zu erkennen. Erst über den Spiegel im Außen, die Waage, also über die Welt dort draußen, um es ein bisschen abstrahiert, wird es mir möglich herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Und deshalb ist es eben auch ein Rückweg immer wieder zu mir. Das heißt, Partnerschaft ist auch ein Rückweg letztendlich zu mir. Das ist vielleicht auch das, was nicht ganz so partnerschaftlich ist und was zur Waage gehört. Eben dieses, jetzt wird der Rückweg eingeleitet. Also es ist immer so die zweite Hälfte, es ist immer auch so die Hälfte des Rückweges. Wenn man es jetzt auf, ich sage jetzt mal, auf die Lichtverhältnisse irgendwie das so bezieht. So, die Venus, also andersrum, zur Waage werden ja sozusagen die Venen zugeordnet. Der Planet, der das repräsentiert, ist dann eben die Venus. Und die Venen sind ja eben auch, was den Blutkreislauf angeht, eben der Rückweg. So, und der Hinweg, mit dem es losgeht, das ist eben dann der Widder. Also das Blut aus dem Herz rauskommt, dann sind die Arterien diejenigen, die man eben dem Mars, dem Ares Mars zuordnet und dem Tierkreiszeichen Widder. Und das ist sozusagen das Symbol für, da geht es los, das ist die Energie, die jetzt eben zur Verfügung gestellt wird für den Kreislauf. Und da rauscht das sauerstoffreiche Blut eben dann durch die Arterien durch, zu den Zellen hin, gibt da dann eben halt die Nährstoffe, Sauerstoff und sowas ab. Und die Venen, die holen das dann wieder zurück. Die sind dann eben der Rückweg. Und dieses Bewusstsein ist eben auch in der Waage verankert, dass es eben für das Gleichgewicht jetzt immer eben diesen Rückweg braucht. Das, was integriert werden muss, je nachdem, wie man das eben formulieren möchte. Und das bedeutet aber eben auch, dass die Waage eben immer weiß, dass es eben eine andere Seite gibt, dass es eine ergänzende Seite gibt, dass es da noch was gibt, was dazugehört. Und die ja oft jetzt in den letzten Jahren eigentlich oft viel zitierte Alternativlosigkeit zu vielen Dingen, die gibt es für die Waage nicht. Das Wort alternativlos existiert im Waagekosmos nicht. Es gibt immer eine Alternative, es gibt immer eine andere Meinung, es gibt immer eine andere Seite. Und es ist erst dann im Gleichgewicht und in der Harmonie, wenn beide Seiten eben an den Tisch geholt werden, dann erst wird es eben ganz, dann erst wird es eben rund. Und die Waage ist eben jetzt dann nicht nur das Bewusstsein darüber, dass es eben diese andere Seite gibt, sondern die Waage ist es auch eben das Bestreben und die Energie, die andere Seite zu locken. Ja, also sie anzulocken, damit sie sich andocken kann. Deswegen eben auch dann im partnerschaftlichen Bereich eben, ja, das Ganze, was eben dazugehört, damit ich die andere Seite kennenlerne, das ist eben auch Waageschwerpunkt. Also das Flirten, das Umgarnen, das Höflichsein, das Sich-Attraktiv-Machen und so weiter für die andere Seite, das gehört da natürlich dann auch mit dazu. Und in der Begegnung der anderen Seite kann ich mich dann eigentlich selbst erkennen und eben auch erkennen, wie der Zustand, mein Zustand letztendlich ist. Jetzt mal ganz vereinfacht, großspurig das formuliert, dann gehen die anderen natürlich immer so mit mir um, wie ich eigentlich mit mir umgehe. Und wenn die anderen mich eben verletzen oder wenn ich eben viel Verletzung in der Begegnung erlebe, dann ist das auf alle Fälle ein starker Hinweis, dass ich eigentlich eine Haltung habe, einen Umgang mit mir selbst, die das unterstützt. Wo ich eben auch nicht gut mit mir umgehe und mich eigentlich auch in vielen Dingen stark selbst verletze. Und das wäre gleich dann eben das Stichwort Verletzung mit dem Mars mit dabei, weil der Mars, hier 13, der ist bei 13,59, also der ist da in Konjunktion, der hängt da mit denen zusammen. Der ist jetzt hier nur nicht so eingezeichnet, dass er, wir können da nicht halt drei auf eine Stelle, aber der ist da eigentlich auch mit hier. So, der Strich, der hier ist, der ist fürs MC und das ist hier dann der Merkur. Und wenn Mars auf dem Mond ist, ist immer auch eine starke Verletzlichkeit mit dabei. Das ist natürlich eben etwas, was die Weichheit des Mondes, der Empfindsamkeit und der Empfindlichkeit des Mondes irgendwie schwierig ist, wenn der Mars mit dabei ist. Deswegen ist es oft immer so ein bisschen eine schnell überhitzte und schnell verletzliche Disposition, sage ich jetzt mal. Und wenn der Mars bei der Sonne ist und das genaue Sonne-Mars-Quadrat, gucken wir uns mal an, das ist dann am Freitag, glaube ich, oder am Freitag, am 8. Das gibt der Sonne natürlich dann immer eine gewisse Wuchtigkeit und eine gewisse, manchmal vielleicht auch eine Aggressivität, sodass man dann auch schnell austauscht. Das heißt, da haben wir eben halt beides eigentlich mit der Sonne schnell irgendwie austauschen zu werden, schnell zuschlagen zu wollen und auf der anderen Seite mit dem Mond viel zu empfindlich zu sein. Wobei eben jetzt halt auch eine Waage, sondern jetzt nicht unbedingt physische Gewalt ausübt, sondern wird der Mars meistens eben geistig tätig. Das heißt, das sind dann eben intellektuelle Schachschlachten, so strategische Geschichten, die dann da so sind. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, er hat diesen Neumond eben was mit einer Verletzlichkeit zu tun. Mit einer Verletzlichkeit und vielleicht dann eben auch mit einer, ich weiß nicht, wie ich das am besten nennen soll. Weil Aggressivität hört sich nicht gut an, nicht so richtig gut jetzt in dem Kontext. Aber mit einer Gereiztheit vielleicht, sagen wir es mal so, mit einer Gereiztheit zu tun, die aus einer zu großen Opferbereitschaft herauskommt. Warum die Opferbereitschaft? Weil der Mond jetzt Herrscher ist, zu dem Augenblick, übers 8. Haus. So, die Spitze des 8. Hauses ist eben hier im Tierkreiszeichen Krebs. Und da läuft der Mond, das Herrscher vom Krebs, Herrscher über das 8. Haus. Und das 8. Haus, wenn wir jetzt mal hier im partnerschaftlichen Bezug bleiben, hat eben viel mit Aufopferungsbereitschaft zu tun. So, wie viel bin ich bereit für eine Beziehung zu opfern, damit sie eben halt bereithält. Und ach, das Haus, bin zu viel bereit. Und in dem Fall dann oft dann auch dann zu viel. Und die Sonne ist eben auch, hat auch den 8. Hausbezug, weil das Tierkreiszeichen Löwe ist eingeschlossen im 8. Haus. Wir haben also in dieser Neumond-Konstellation zu dem Augenblick einen starken Bezug zum 8. Haus. Und wenn wir das jetzt partnerschaftlich nehmen, haben wir eben hier eine große Opferbereitschaft durch einen großen Idealismus, die dazu führt, dass das thematisiert wird. Und das in Kombination mit dem Mars, glaube ich, dass diese Gereiztheit eben sich vielleicht dann breit macht, dass alte Wunden sich nochmal irgendwie zeigen und thematisiert werden, die eben mit einer zu großen Opferbereitschaft zu tun haben. Also heute früh habe ich das so gehört, wurde so formuliert, so diese bedingungslose Liebe war dann da eben ein Thema mit einer Patientin. Und das äußert sich dann halt negativ häufig immer so, dass man sagt, okay, ich darfst, also bedingungslos bedeutet, ja, ich muss alles so dulden, du darfst mit mir machen, was du willst. Und wann habe ich das Recht irgendwie zu sagen, es ist mir jetzt eigentlich zu viel, ich mag eigentlich nicht mehr. Und diese Neumond-Konstellation, finde ich, fordert auf, dass man eben da eine Klarheit findet und eben mutig ist und sagt, wie man es eben haben möchte, beziehungsweise dann auch sagt, wie man es eben nicht haben möchte und einen Strich zieht, eine klare Grenze zieht und da kommen wir dann zum 10. Haus, also Verantwortung zu übernehmen für, ja, für den Schutz der eigenen Grenze, wenn man so möchte, um eben zu sagen, bis hierher und eben nicht weiter. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das, ja, dass wir da so ein bisschen in dem Monat mit so alten Verletzungen vielleicht konfrontiert werden, mit zu viel Zugeständnis gemacht haben und wo es eigentlich jetzt notwendig wäre, egoistisch zu sein, sag ich jetzt mal so, und sich für sich einzusetzen, sich zu wehren, weiß nicht, ob wehren da dann das richtige Wort ist, aber sich zu behaupten, so, und sich eben wichtig zu nehmen. Und beim Stichwort wichtig würde ich jetzt vielleicht auch noch den Aszendenten dazunehmen, weil man dann Schütze-Aszendenten haben wir da und das verwandelt das Thema hier oben, also diesen Neumund im 10. Haus in der Waage mit dem Mars und auch, finde ich, mit dem 8. Hausbezug, das jetzt auf der Grundlage von so einem Schütze-Aszendenten macht, für mich dann das Thema Würde, bringt das Thema Würde mit hinzu. Ich finde, Waage und Schütze zusammen haben natürlich viel so mit Luxus zu tun, finde ich, das hat viel mit Schöngeistigem, mit was mit Schöngeistigem zu tun, mit der Freude am schönen Leben, wenn man so will, viel was Luxushaftes. Aber dann eben im 10. Haus bekommt es auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und ein bisschen Tiefe und hat nicht so ganz diese Oberflächlichkeit, die ich jetzt da vielleicht dann verbinden würde mit so Luxus, keine Ahnung, weil es eigentlich unseren ist, muss nicht oberflächlich sein. Aber jedenfalls im 10. Haus haben wir eben eine starke Ernsthaftigkeit und Tiefe trotzdem eben auch hier mit dabei. Und das zusammen, finde ich, macht es für mich, hat etwas Verwandeltes in Würde, in Würdevoll. Das heißt, wie kann ich mich würdevoll in meiner Partnerschaft empfinden und wie kann ich würdevoll auftreten, wo wird es unwürdig, wenn ich eben zu viele Bedürfnisse opfer und weil, 10. Haus, man das eben so macht, weil das eben so immer schon so gesagt wurde. Das heißt, verallgemeinert für diesen Neumond in dem Monat so die Frage, wie viel bin ich bereit zu opfern, das wäre der Bezug des Neumondes zum 8. Haus, weil die Gesellschaft, 10. Haus, das so vorgibt, damit ich mich aber immer noch würdevoll fühlen kann. Das heißt, ja, wo ist die Grenze? Wo fängt es an, demütigend zu werden? Und bis wohin kann ich mitgehen und sagen, ich fühle mich da immer noch würdevoll behandelt und deshalb bin ich bereit, Opfer zu bringen. Und wo geht es nicht? Wo muss ich da eben sagen, nee, ich fühle mich jetzt überhaupt nicht mehr würdevoll behandelt und jetzt muss ich mir meine Würde wieder selbst geben und muss dann da jetzt eben, dann würde dann der Mars dort oben ein bisschen anders benutzt werden und muss da jetzt eben entschieden und entschlossen auftreten und sagen, so geht es nicht. Da habe ich andere Vorstellungen von Harmonie oder andere Vorstellungen von, wie was im Gleichgewicht sein muss. Ich habe das Gefühl, es ist nichts mehr im Gleichgewicht, wie auch immer. Das wäre, wir hätten jetzt einfach mal so ein paar Gedanken reingeschmissen zum Neumond. Man kannte ja immer vieles, ich weiß, aber dann zum Beispiel mit einer Viertelstunde würde ich immer jedes Mal eine Stunde hier irgendwie so quatschen, glaube ich. Da hat wahrscheinlich niemand die Ausdauer. So, deswegen eine kleine Auswahl, um es eben vielleicht kompakt von der Idee her zu halten. Also, wie kann ich würdevoll mit mir umgehen in der Partnerschaft? Wie kann ich mich würdevoll zeigen? Wie kann ich mich wichtig nehmen, würdevoll in der Beziehung? Wie kann ich meine Verletzungen, wie kann ich mit denen würdevoll umgehen und zu nutzen? So, wie kann ich daraus lernen für die Zukunft? So, dass ich weiß, was ich eigentlich will und beim nächsten Mal dann da irgendwie besser mich dafür einsetzen. Und ja, wie kann ich mich zeigen? Eigentlich finde ich, das hat was mit mich zeigen zu tun. Das Problem bei der Waage, jetzt fangen wir wieder an rum zu, das schaffen wir jetzt noch. Das Problem bei der Waage ist häufig, dass sie sich eben nicht zeigen. Weil sich zeigen hat immer auch was mit einer gewissen Position zu tun, mit einer Eindeutigkeit zu tun. So, das ist meine Position. Und das ist eben für so ein paar Tierkreiszeichen schwierig. Fische tun sich da extremst schwer. Fische, 12.000 betonte Menschen, ganz große Schwierigkeit, sich mit sich zeigen, weil das bedeutet eine Position. Aber eine Position zeigt eigentlich auch, dass die anderen Positionen fehlen. So, ja. Das ist schwierig. Bei der Waage ähnlich, ganz anders, ist nicht so emotional, ist mehr intellektuell. Sie mich zeigen, eine Position einnehmen, ja, aber das bedeutet doch, dass die andere Seite dann nicht mit dabei sein könnte. Deswegen haben die diese Entscheidungsschwierigkeiten oder sowas, ja, weil sie, weil die Waage eigentlich von ihrer Idee her gar nichts mit Entscheidungen zu tun hat, sondern mit dem Bereitstellen von Alternativen, von anderen Möglichkeiten. So, entscheiden muss dann der Mensch, so, der hat dann das Ganze belebt, die Energie der Waage, der hat nichts mit der entscheidenden Energie, ist die Widerenergie, wenn man so möchte. So, wenn ich jetzt aber als Mensch natürlich eine starke Waagebetonung habe, dann bin ich voll mit Alternativen und das macht es mir natürlich dann schwierig, eine Entscheidung irgendwie zu treffen. Da ist aber jetzt eben in diesem Neumond der Mars, derjenige, der jetzt eben diese Achse kurz schließt, der Herrscher vom Mars, der vom Herrscher des Widers, also von der anderen Seite der Waage, eben jetzt in die Waage geht und dadurch, würde ich jetzt mal sagen, schließt der das irgendwie kurz und verbindet das. Und das ist eigentlich eine ganz, für mich eine gute Position. In der klassischen Astrologie wird dann die Position des Marses immer als schlecht dargestellt, weil er halt dann in seinem Domizil ist und so weiter. Aber ich finde es eigentlich eine schöne Position, weil es für mich so symbolisiert, dass die beiden Seiten zusammengefügt werden eben. Das wäre für mich dann auf eine ähnliche Art, auch wenn dann die Venus als Herrscherin der Waage eben widerstehen würde. Es ist auch so dieses, der Versuch, die beiden Seiten, Waage und Witter eben zu verbinden. Und verbunden werden die beiden eben dann darüber, dass eben der Witter die Energie bringt, zu sagen, das ist es, was ich will. Und gleichzeitig die Bereitschaft aber da ist, der Waage zu sehen, was könnte noch sein. Was willst denn du? Was ist deine Haltung? Was ist deine Meinung da dazu? So, dass wir eben beide mit unseren beiden Positionen dann eben an einem Tisch sind und jetzt entscheiden können, wie wir damit eben umgehen, um einen guten Kompromiss zu finden, wo wir beide damit dann gut leben können. Und das Problem der Waage ist eben oft, dass sie eben sofort eben die andere Seite im Blick hat, was willst denn eigentlich du? und eben das eigene dabei eben vergisst. Und es schwer ist eben, diese Position einzunehmen, weil es doch so viele Positionen geben könnte. Und das macht sie dann oft so schwer greifbar oder so. Ja, nicht wirklich sagen, ja, aber dann doch nicht. Waage hat dann da oft so dieses, bitte wasch mich, aber mach mich nicht nass-Phänomen. Nein, irgendwie da aber doch nicht. Und der Mars da oben zwingt so ein bisschen jetzt da Positionen zu beziehen und vielleicht auch dann mal eben, ja, Selbstentscheidungen zu treffen und selbst dann das Unwort für die Waage in den Mund zu nehmen, nämlich Nein, Nein zu sagen. Und zu sagen, jetzt ist hier gut, jetzt ist hier gut, jetzt ist hier Stopp. So, das muss ich, damit ich eben dann würdevoll mit mir umgehe, damit ich mich mit meiner Würde immerhin noch respektiert fühle. Zehntes Haus. Das wäre jetzt so für mich so ein Mischmasch. Zehntes Haus, Waage, Schütze, Aszendent. Also, können viele über unsere Würde in Beziehungen nachdenken, wie wir uns liebevoll, würdevoll behandelt fühlen wollen, was wir dazu brauchen. Und da können uns, glaube ich, alte Verletzungen, die möglicherweise in der Zeit wieder so ein bisschen aufpoppen, erinnern, was uns eigentlich wichtig ist und wie wir es eigentlich nicht mehr haben wollen. Soweit. Ich wünsche dir einen schönen Rest Montagabend und dann, ja, einen guten Monat mit so einem Wagen-Neumond. Und zum Mars-Sonne-Konjunktion, die am Freitag ist, mache ich dann auch bald ein Video morgen und übermorgen. Bis dann. Tschüss.